Andreas, ich hab gedacht, du seist tot. Beinah wärst du gewesen, meine Lieblinge, meine Herz allerliebst. Oh, wie wunderbar. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir Sie getroffen haben. Oh, now get out of here, this place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, alles klar. Äh, ich hab was für Sie. Ein Moment, äh, ähm, dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Guess it was a pleasure. Ja! You were right. Oh, this place, oh, it'll be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Thank you. Fuck! God! Well, I don't know. Untertitelung des ZDF, 2020